Wenn du viel Zeit in deine Anfragen steckst und einen bestimmten Prompt für besonders gelungen hältst, dann solltest du ihn dir unbedingt speichern. Auch wenn Copilot deine Chatverläufe sichert, zum schnellen Wiederfinden und Wiederverwenden, eignet sich die Benutzeroberfläche ehrlich gesagt noch nicht. Meines Wissens arbeitet Microsoft an einer Möglichkeit, Prompts direkt als Lesezeichen zu speichern. Nun ja, ich will dir jetzt schon mal eine andere Möglichkeit dafür zeigen. Für den Aufbau einer eigenen Prompt-Bibliothek bietet sich Microsoft OneNote an. In der beliebten Software kannst du ein digitales Notizbuch anlegen und darin leicht deine besten Prompts einfügen und organisieren. Dank Synchronisierung per Cloud hast du die Sammlung auf allen Geräten parat. Du kannst die einzelnen Befehle dann jederzeit aus OneNote kopieren, wieder in Copilot einfügen und, falls nötig, auch anpassen. Wenn du die mächtige Notizbuch-Software von Microsoft noch nicht kennst, empfehle ich dir gerne mein beliebtes Handbuch OneNote für Einsteiger. Das gibt es als Taschenbuch und als E-Book. In Google 30 28 31 31 Vielen Dank.